So Guillomodi, hier sind wir wieder einmal auf dem Klosenpass oben. Es ist einiges Jahr her, dass ich hier oben war. Aber er ist gegen den gleichen Ort. Er hat es hier angeschrieben. Dies ist ein Garagentor, nur ein Trottel parkt davor. Hier kommt tatsächlich ein Trottel von Spanien. Hier kommt eine Bergkurve. Heute bin ich hier vom Mauernerboden oben. Wenn wir eins rufen, Heiberghoff. Beim letzten Juiz vom Ostpizar. Goldweissner Abschied, letzte Schwan. Mir gibt eins Tristen. Danke, Frank. Jetzt wollte ich mit der Drohne hier die Kilche filmen. Und dann ist der Helikopter gekommen. Ich wusste nicht, dass die Wachen irgendwie einpackt. Die Regionen sind ausgestiegen und sie durchgehen jetzt mit der Pass. Das ist die Klausenpassstrasse mit den Spitzkehnern. Mit dieser Targafri. 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 In der Pari Trost. Musik 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 Schön sind wir da hier? Hier ist Pachtau Musik 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 Musik